Mein Name ist Markus Schäfer. Ich bin 52 Jahre alt. Ich bin Bezirksdirektor der Gotha-Versicherung in Köln. Wir haben mittlerweile knapp 6000 Kunden. Drei Standorte, die sich in Köln und auch im Umland von Köln verteilen, sind mit einer Truppe von zwölf Leuten unterwegs, haben einen hohen Anspruch also an der perfekte Telefonie und einen guten Außenauftritt mit einer hohen Variabilität darstellen zu können. Und genau da haben wir sehr lange uns intensiv kümmern müssen, um einen passenden Anbieter zu finden. Genau dieser ist letzten Endes die Starface, weil im Kern es eine hohe Gestaltungsmöglichkeit auf Seiten des Users gibt. In unserem Fall ist es so, wir haben ein sehr, sehr besonderes Telefonieverhalten. Denn wir haben mit 6000 Kunden nicht die Möglichkeit, jeden Kunden glücklich zu machen, weil die Erreichbarkeit auch mit noch so viel Personal da nicht zu gewährleisten ist. Also haben wir das Kundenklientel durchklassifiziert und haben gesagt, wir haben von A bis E Kunden eine Bandbreite, die wir bedienen wollen. Wir müssen aber nun mal auch sehen, dass wir die C, D und E Kunden nicht persönlich mit unseren spezialisierten Kräften bedienen können. Also schalten wir ein externes Callcenter hinzu und genau da entsteht schon das erste Thema. Das heißt, es funktioniert exzellent, als dass wir eingehende Anrufe identifizieren und danach kanalisieren, sodass der C bis E-Kunde in diesem externen Callcenter für uns auch da sehr hervorragend bedient wird, aber eben nicht von uns persönlich. Im Nachgang kriegen wir dann ein Reporting, können uns dann, so wie es in unseren Kapazitäten zulässig ist, um diesen Kunden dann wieder persönlich kümmern. Das heißt, er fällt nicht hinten runter, aber er hat nicht die Priorität, dass er im Alltagsgeschäft vordringlich behandelt wird. Und genau da ist es interessant zu schauen, was bietet mir die Anlage. Habe ich in der Anlage selber Gestaltungsmöglichkeiten, ohne dass ich damit einen Techniker ersetze, weil dafür gibt es Profis und die Profis sollten auch immer die Grundinstallation und auch die fachliche Unterweisung machen. Heißt, man ist gut beraten, nicht zu viel an so einer Anlage zu schrauben, dann macht man vielfach mehr kaputt, als man gewinnt. Es gibt aber durchaus Steuerungsmöglichkeiten, zum Beispiel die neue Installation eines neuen Teilnehmers, was nun wirklich nicht viel Aufwand ist, bis hin zu einer Modulsteuerung, wo ich nur einen Knopf drücken muss. Wenn ich das beherrsche und nicht ständig einen Techniker in Anspruch nehmen muss, dann spart das immens Kosten. Wenn man sich die Frage stellt, wie gelangt man denn zur Starface, ist das auch bei uns eine Evolution gewesen. Das heißt, wir haben letzten Endes angefangen mit einer anderen Anlage, einer ISDN-gesteuerten Anlage, ich sage jetzt mal den Anbietern nicht, die irgendwann durch ihre begrenzte Technik, die sie nun zur Verfügung stellt, im Sinne der Module, uns nicht mehr ausreichte. Weil so wie wir nach oben das Geschäft skaliert haben, war die Anlage leider nicht in der Lage mit zu skalieren. Heißt, wir haben uns umgestellt auf dem Markt, sind dann auf einen exzellenten Enterprise-Partner von Starface, die Firma Schutz und Königshofen, kann ich an der Stelle ruhig mal sagen, in Neuss ansässig geraten. Die haben uns nicht nur ideal beraten, sondern sind mit uns dann den Weg gemeinsam gegangen. Also ich bin Roman Schütz, Firma Schutz und Königshofen, wir sind Starface Exzellentz-Partner. Und sind sehr, sehr froh darüber, die Agentur, die Bezirksdirektion Markus Schäfer hier seit sieben Jahren betreuen zu können und damit einen sehr zufriedenen Kunden zu haben. Besonders schätze ich, dass wir aus kleinen Lösungen, aus kleinen Visionen, die unsere Kunden hatten, die auch die größeren Versionen, die sich in einigen Jahren entwickeln, mit Starface dann unterstützen können. Keinen großen Systembruch machen und einfach gut weiterkommen. Wir haben andere Anbieter getestet, wir haben eine konzernseitige Lösung bei uns im Hause, die andere Anbieter bevorzugt. All das habe ich versucht und getestet und komme immer wieder zurück zu dem, was ich heute nutze, der Starface, mit einer sehr, sehr hohen Usability für die Mitarbeiter und einer hohen Zufriedenheit vom Kunden, Mitarbeiter und dem Inhaber, nämlich mir.